Ist die ehemalige Aida Aura für uns Deutsche noch empfehlenswert? Darum soll es in diesem Fazit-Video gehen. Ich bin euer Kreuzfahrt-Urlauber Fabian und war auf der allerersten Tour unterwegs, der Celestial Discovery, auf der Jungfernfahrt für die zypriotische Reederei Celestial Cruises. Also sehr interessant, was uns da erwartet. Für wen ist das Schiff denn überhaupt noch das Richtige? Was erkennt man wieder? Was ist neu? Darüber sprechen wir aber der Reihe nach. Fangen wir an mit dem Schiff, die ehemalige Aida Aura, 2003 in Dienst gestellt, 203 Meter lang. Platz für um die 1200 Passagiere und damit gehört das Schiff heutzutage zu den eher kleineren Schiffen. Auch in der Kussmund-Flotte gehörte das Schiff zu den kleineren, die eben besondere Häfen ansteuern konnte und noch das ein oder andere mehr gemacht hat, als man es mit großen Schiffen heutzutage noch machen kann. Im Jahr 2023, also letztes Jahr, hat dann die letzte Reise mit dem Kussmund am Bug stattgefunden. Die Reederei hat das Schiff genauso wie die Schwester Aida Vita abgegeben. Die Aida Cara ist ja schon etwas länger für eine neue Reederei unterwegs, aber jetzt eben auch Aida Aura. Eigentlich sollte das Schiff auf eine dreijährige Weltreise gehen als MS Lara. Das war geplant, ein sehr spannendes Konzept, wo man direkt von Anfang an skeptisch war, ob das klappt, eine dreijährige Weltreise so kurzfristig zu vermarkten und der Deal ist tatsächlich geplatzt. So, nun war das Schiff wieder vorhanden auf dem Markt und dann hat sich die zypriotische Reederei gemeldet und gesagt, hier, wir haben Interesse und seit März 2024 hat das Schiff nun eine neue Heimat und zwar Lavrion bei Athen in Griechenland. Das ist jetzt der neue Wechselhafen für das Schiff und fährt unter der Flagge von Malta jetzt. Ein komplett verändertes Konzept. Also das Konzept hat eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, wie man es vorher von Aida kannte. Und ja, das ist wirklich interessant und da möchten wir jetzt mal so ein bisschen über die Dinge sprechen, die noch wiederzuerkennen sind und vielleicht auch nicht wiederzuerkennen sind. Klar, an sich, also sprechen wir erstmal über die Dinge, die man wiedererkennt von früher. Vielleicht sind viele von euch schon mit der Aida Aura unterwegs gewesen. Ich hatte auch verschiedene Live-Videos gemacht während der Reise und das Feedback war echt sehr interessant und viele haben geschrieben, dass sie ein großer Fan von dem Schiff und der Schiffsklasse sind und von daher, denke ich, ist das für euch auch interessant, darüber zu sprechen, was erkennt man jetzt noch wieder. Also gehen wir mal rein ins Schiff. Die Aufteilung des Schiffes an sich ist natürlich relativ unverändert. Also natürlich kann man ein Schiff jetzt nicht so dermaßen umbauen, dass man sich nicht mehr zurechtfindet, wenn man an Bord kommt, dass alles neu ist, alles anders ist. Das ist natürlich nicht passiert. Also man findet sich schnell zurecht, es kommt einem vieles bekannt vor. Es gibt ein paar Ausnahmen, darüber sprechen wir dann gleich in der nächsten Kategorie. Aber zunächst erstmal der Blick zum Beispiel in das Theater. Das ist nämlich unverändert, da hat man so die Farben auch beibehalten. Es ist ein schönes Theater, wo man von überall gut schauen kann. In der Mitte der große Eingang, ja, das hat man tatsächlich so gelassen. Auch der Spa ist unverändert. Der war jetzt auf meiner allerersten Tour, auf der ich unterwegs war, auf der Jungfernfahrt noch nicht geöffnet. Ich habe auch nicht so richtig herausfinden können, woran das jetzt lag. Ob da noch Umbaumaßnahmen stattfinden oder nicht, das wird sich zeigen. Ich habe ihn auf jeden Fall so vorgefunden, wie man ihn kannte. Also tatsächlich dieses etwas buntere, also nicht nur etwas, das bunte Farbkonzept, das man dort hatte, das befindet sich auch weiterhin im Spa-Bereich. Gleiches gilt für die Außendecks. Auch die sind nahezu unverändert geblieben. Also der große Pool in der Mitte, viel Liegefläche drumherum, also ein großzügiges Sonnendeck. Zwar relativ wenig Schattenplätze, was im Sommer in Griechenland durchaus ein Thema werden könnte. Aber an sich, ja, ganz viele Sonnenliegen, die aufgebaut werden können. Und auch die Sonnenliegen, die hat man mit übernommen von AIDA. Gleiches gilt in Restaurants zum Beispiel für die Teller, für die Gläser und auch das Geschirr. Das ist alles mit übernommen worden. Man hat scheinbar einfach das komplette Schiff, so wie es war, gekauft. Nur die Besteckständer, die sind nicht mehr da. Ob AIDA die mitgenommen hat oder anderweitig Celeste, die jetzt verwendet hat oder verkauft hat oder entsorgt hat. Keine Ahnung, die Besteckständer gibt es nicht mehr. Das Besteck liegt jetzt immer in Schalen am Buffet, sodass man sich das mitnehmen kann. Aber an diesem Loch für den Besteckständer, daran kann man es erkennen, dass es tatsächlich noch das Besteck ist. Auch die Kabinen erinnern durchaus noch an frühere Zeiten. Die meisten Kabinen haben zwar ein farbliches Update bekommen. Also das Bunte ist ein bisschen gewichen und durch blaue maritime Farben ersetzt worden. Zum Beispiel der Vorhang vom Fenster meiner Außenkabine, aber auch die Aufleger auf dem Bett und auch der Teppich wurde erneuert. Das war aber nicht in allen Kabinen so, denn auf Deck 6 habe ich gewohnt, im vorderen Bereich auf der Backboardseite. Gegenüberliegend befinden sich Innenkabinen. Dann, wenn ich da mal reingucken konnte, wenn da gerade das Housekeeping drin war oder Gäste rein und rausgegangen sind, habe ich mal so einen Blick geschehlt und gesehen, dass der Teppich und alles noch unverändert war. Also scheinbar hat man nicht alle Kabinen angepasst. Die Innenkabinen vorne auf Deck 6 auf der Backboardseite, als kleiner Geheimtipp, falls ihr noch eine richtig typische Ida-Kabine bewohnen möchtet, dann gibt es da welche. Zumindest Stand März 2024. Ich weiß nicht, wann und ob das geändert wird. Auch die beliebte Außenbar am Heck und da haben ganz, ganz viele von euch auf Instagram nachgefragt. Auch die gibt es und die ist tatsächlich auch unverändert. Also die Holzstühle, die sich da befinden mit einem unverbauten Blick hinten auf die Heckwelle, das gibt es alles nach wie vor. Die Mosaikfliesen an der Bar, die sind da vorhanden. Es gibt eine riesige Getränkeauswahl wirklich tatsächlich, ein 30-seitiges Buch mit Getränken in der Barkarte. Getränkepreise etwas über dem, wie man es von AIDA kannte, aber auch nicht viel. Also das ist relativ ähnlich, vielleicht ein bisschen höher. Aber ansonsten gibt es dann eben auch noch die beliebte Außenbar am Heck. Auch die AIDA-Bar mit dem berühmten Stern, wo man sich gegenüber sitzen kann, die gibt es noch. Heißt jetzt Star-Bar, nicht mehr AIDA-Bar logischerweise und wurde natürlich auch renoviert und vom Design her stark verändert. Also neue Farben, elegant, hochwertig, modern und maritim, würde ich sagen, diese Adjektive bezeichnen. Das Design des Schiffes vom Inneren, glaube ich, ganz gut. Die Anytime-Bar mit dem berühmten Tunnel ist auch geblieben. Also wenn man durch die Schiebetür geht, reingeht, dann kommt man erstmal in den Tunnel und dann kommt man in die Anytime-Bar. Auch das Konzept ist unverändert. Wirklich gute, gute Partys haben dort stattgefunden. Da war richtig südländisches Flair. Es wurde viel getanzt. Die Bässe, die wurden, glaube ich, bis zum Anschlag ausgereizt, sodass schon die Deckenkonstruktion teilweise vibriert hat. Und von einer Lampe fiel dann plötzlich so eine Umrandung runter. Also ich glaube, da hat man den Subwoofer wirklich maximal ausgereizt. Die Stimmung war auf jeden Fall gut. Man hat einige Möbel renoviert. Jetzt hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal den Fußboden auch noch abschleifen können. Dann wäre es perfekt gewesen. Aber an sich ein tolles Konzept mit der Anytime-Bar. Gerade zur Sommerzeit, auch mit dem Außenbereich, dem großen Außenbereich, kann ich mir vorstellen, dass da schöne Abende unter dem griechischen Sternenhimmel verbracht werden können. Das war jetzt zum März natürlich noch ein bisschen frisch und kalt. Da war man eher innen unterwegs. Aber im Hochsommer sicherlich ein Traum. Das sind so die Dinge, die relativ ähnlich geblieben sind. Aber jetzt wird es spannend. Was hat sich verändert? Und das ist tatsächlich das eine oder andere, wo man denkt, huch, hier bin ich auf einem ganz anderen Schiff. Aber nein, es ist tatsächlich die ehemalige Aida Aura. Und zwar hatte die ehemalige Aida Aura ja auf Deck 10 einen relativ großen Fitnessbereich. Wir kommen gleich noch auf das Konzept zu sprechen. Und dann erkläre ich auch nochmal so ein bisschen, oder dann wird vielleicht auch deutlich, warum das gar nicht mehr so nötig war. Denn das Schiff fährt jetzt hauptsächlich Kurzreisen. Und da ist natürlich ein riesiges Fitnessstudio gar nicht so nötig. Denn wenn Gäste drei bis vier Tage an Bord sind, dann geht es eher darum, das Leben da zu genießen, sich in die Bars zu setzen, sich zu unterhalten, als jetzt den ganzen Tag oder einige Stunden pro Tag im Fitnessstudio zu verbringen. Also das wurde deutlich verkleinert. Dafür eine komplett neue Bar und ein Casino geschaffen worden. Das ist also neu. Ein Casino gab es in der Form ja vorher auch nicht. Ja, ein ganz anderes Raumgefühl tatsächlich, wenn man da reinkommt, auch vom Ambiente. So kleine Bereiche erinnern dann immer noch so ein bisschen an das Fitnessstudio zuvor. Dieser Holzbereich auf der Backboardseite. Auch da sieht man, wo die Geräte vorher angebracht wurden, aber ansonsten tatsächlich stark renoviert und verändert worden. Gleiches gilt für den Kalypso-Bereich, also des Bereichs des Kalypso-Restaurants zwischen dem ehemaligen Fitnessstudio und dem Kalypso-Restaurant selbst, wo viele Korbsessel aufgebaut waren vorher. Das ist jetzt auch eine neue Bar, eine wirklich schicke Bar, wie ich finde. Dort befinden sich richtig hochwertige Sitzmöbel, große Sofas mit einem auffällig großen Sitzabstand, sodass man da Raumgefühl hat, die Deckenhöhe auch etwas höher als sonst auf dem Schiff. Und wenn man da sitzt, hat man wirklich Premium-Gefühl. Denn vom Raumkonzept, von der Gestaltung, von der Anmutung der Möbel echt schick geworden und eine große Weiterentwicklung tatsächlich an der Stelle. Das ehemalige Marktrestaurant war ja ein Klassiker und total beliebt. Auch in den Restaurants hat man überall neue Sitzmöbel integriert, neue Tische. Also vieles wurde da verändert und angepasst. Der Buffet-Bereich überwiegend geblieben. Da vielleicht auch die ein oder andere Verkleidung noch ein bisschen verändert. Aber der Buffet-Bereich an sich ist geblieben. Was aber sich verändert hat, ist, dass es ein Bedienkonzept nun gibt. Und zwar das Talassa-Restaurant. Auf Deck 8 unten, das ist jetzt tatsächlich abends ein à la carte Restaurant, wo man die Menüs am Platz serviert bekommt. Eine große Änderung, das gab es vorher nämlich nicht. Das Marktrestaurant war morgens, mittags und abends ein Buffet-Restaurant. Hier ist es jetzt so, bei Celestia morgens und mittags Buffet, abends dann à la carte. Klar, das Restaurant ist dafür nicht konzipiert worden. Aber ich finde, man hat es trotzdem ganz gut gelöst, dass man dort jetzt eben Service am Platz genießen kann. Internationalem Publikum natürlich wichtig. Abends dann auch mal am Platz die Bedienung zu genießen. Und man hat es integriert. Und ich denke, das Beste daraus gemacht, das so umzusetzen an der Stelle. Am meisten hat sich jedoch das Konzept verändert. Denn das erinnert eigentlich gar nicht mehr an AIDA. An AIDA. Zunächst erstmal, dass es jetzt sehr international ist. Die Bordsprache ist also Englisch. Und diese Reisen werden, ich glaube, weltweit tatsächlich vermarktet. Es sind sehr viele internationale Gäste an Bord gewesen. Gäste aus den USA, aus Mexiko, aus Indien, aus China, Japan. Viele Griechen und Türken natürlich auch dadurch, dass der Einschiffungshafen zum einen Athen, zum anderen aber auch Kujadasi in der Türkei war. Und dann verirren sich auch ein paar Deutsche an Bord. Und ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Es war auf jeden Fall eine ganze Reisegruppe im Bus. Und dann vielleicht noch ein paar individuelle. Also ich vermute, von den 1200 Gästen waren vielleicht so 50 bis 100 Deutsche ungefähr an Bord. Das ist so meine grobe Einschätzung. Ich habe da keine genauen Zahlen vorliegen. Aber so ungefähr zur Gästeverteilung mal. Gerade südländisches Publikum, man kennt es vielleicht auch von italienischen Reedereien, liegt in der Natur der Sache, sind ein bisschen lauter. Es wird sich lauter unterhalten. Es ist einfach ein bisschen trubelig. Ein südländisches Flair tatsächlich, wie wenn man irgendwo in Griechenland durch die Gassen läuft. So fühlt es sich dann teilweise auch auf dem Schiff an. Teilweise aber auch vom Publikum etwas speziell. Insofern, lasst es mich kurz erklären, Flipflops beim Abendessen zum Beispiel gehören dazu. Teilweise auch Jogginganzüge. Und was ich auch bemerkenswert negativ auffällig fand, dass zum Beispiel auch im Außenbereich des Restaurants, der Taverna, dem ehemaligen Calypso-Restaurant, dann auch einfach mal beim Essen geraucht wird, obwohl gar keine Aschenbecher dastehen. Und wo die Asche dann hinkommt, das könnt ihr euch ja vorstellen, einfach so in die Gegend. Das gab es sicherlich nicht vorher. Würde mich zumindest sehr wundern, wenn man das auf einem deutschen Schiff so in der Form sieht. Kommt sicherlich auch vor. Es gibt immer Ausnahmen, aber hier war es mir dann doch tatsächlich das eine oder andere mal aufgefallen, dass ich so dachte, huch, was ist hier los? Aber ja, das ist eben so internationales Flair. Andere Kultur, andere Sitten, so ist das. Und das soll weder positiv noch negativ gemeint sein. Es ist einfach der Eindruck, den ich euch schildere. Und das gehört einfach dazu, zu einem internationalen Schiff. Es waren viele Gruppenreisen an Bord. Teilweise kombiniert mit einem Landprogramm, sodass dann diese Reise, und das ist tatsächlich auch der große Unterschied vom Konzept und der Routen, dass es sich eben so als Ergänzung zu einem Landprogramm anbietet. Ich hatte eben schon kurz erwähnt, das Schiff fährt drei- bis viertägige Kurzreisen und das dieses ganze Jahr über den Sommer und dann auch nächstes Jahr wieder. Und für den Routenplan im November und Dezember 2025, also in anderthalb Jahren, da stehen die ersten siebentägigen Reisen im Programm. Ansonsten wirklich immer nur Kurzreisen, drei bis vier Tage. Viel sehen, viel unternehmen, viele Ausflüge machen, das ist tatsächlich das Konzept und das kommt auch gut an bei den Gästen. Also es wurde immer gut angenommen, mit auf die Ausflüge zu gehen. Es sind immer sehr viele Gäste, wollten raus, wollten viel sehen von Land und Leuten. Und klar, das ist natürlich ein bisschen begrenzt immer nur der Aufenthalt, insbesondere dann, wenn zwei Häfen pro Tag angelaufen werden. Und das war tatsächlich auch auf unserer Reise. Also morgens ein Hafen, abends ein Hafen, das ist schon ein straffes Programm, insbesondere dann, wenn man auch noch zwei Ausflüge macht. Man verbringt dadurch tatsächlich weniger Zeit an Bord. Und ich glaube, viele nutzen dieses Schiff einfach als sehr komfortables Fortbewegungsmittel. Also ich will es jetzt nicht mit einer Fähre vergleichen, das würde dem Schiff nicht gerecht werden. Aber es ist tatsächlich eine komfortable Alternative zu einem Urlaub mit der Fähre in Griechenland. Denn viele machen ja auch Inselhopping, also Inselhüpfen in der griechischen Inselwelt mit der Fähre, fahren dann immer vom einen Hafen zum anderen oder von der einen Insel zur anderen und hat dann dort verschiedene Unterkünfte. Das wird natürlich komfortabler, denn das Hotelzimmer reist mit. Man sieht trotzdem sehr viel. Wir waren zum Beispiel vormittags abgefahren, bereits um 11 Uhr am Einschiffungstag in Lavrion bei Athen. Und dann ging es direkt nach Mykonos. Dort hatten wir den ersten Abend verbracht. Am nächsten Tag vormittags Kusadasi in der Türkei. Nachmittags dann noch Patmos in Griechenland. Und dann der letzte Tag der Reise, bei einer Kurzreise geht es schnell, dann Santorin. Und das ist noch fast eine Ausnahme gewesen, dass wir den ganzen Tag dort lagen. Denn ich habe gesehen, im Routenplan demnächst ist es dann so, vormittags teilweise noch Kreta, Heraklion. Und nachmittags von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr dann nochmal Santorin. Das ist natürlich ein straffes Programm. Wenn man da alles mitmachen möchte, hat man da gut zu tun, sage ich mal. Insbesondere dann, wenn es da noch mit den Tenderboten rausgeht. Vorher muss man sich dann Tendertickets organisieren. Und dann geht es raus. Da bilden sich natürlich auch mal Schlangen. Da wird es ein bisschen trubeliger. Aber dafür sieht man halt viel. Und das bieten andere Redereien so in der Form nicht an. Ist mir zumindest nicht bekannt, dass man tatsächlich täglich irgendwie zwei Häfen oder zumindest fast immer täglich zwei Häfen pro Tag hat. Und ja, das ist ein interessantes und spannendes Konzept. Man sieht viel von Griechenland. Und das Schiff ist tatsächlich eher so das komfortable Fortbewegungsmittel. Ich glaube, die wenigsten an Bord haben das Schiff als Destination an sich gebucht. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied zu den großen Megaschiffen, wo der Schiff ja immer mehr zur Destination wird. Ich glaube, Celestial Cruise schafft es genau diesen Trend umzukehren und die Destination in den Fokus zu setzen und das Schiff eher das komfortable Fortbewegungsmittel ist. Ja, die Ausschiffung am letzten Tag dann auch bis 8 Uhr. Kabine räumen bis 7 Uhr. Bis 8 Uhr mussten alle von Bord. Klar, wenn das Schiff um 11 Uhr schon wieder ablegt mit neuen Gästen, ist das natürlich auch nötig. Jetzt noch kurz zur Qualität. Die Qualität war gut. Personal war freundlich. Teilweise ein bisschen gestresst. Lag vielleicht aber auch an der Jungfernfahrt. Es musste natürlich sich alles noch einspielen. Alle Prozesse, gerade auch im All-A-Cart-Restaurant, hat man vielleicht, also an einem Abend lief es wirklich perfekt, an dem anderen Abend waren die Wartezeiten dann doch relativ lang. Aber klar, es sind neue Prozesse. Alle müssen sich erst mal damit vertraut machen. Es kann sein, dass es in ein paar Wochen dann schon ganz anders läuft. Deswegen nur meine Einschätzung von der Reise, auf der ich da gerade war. Die Essensqualität an sich, würde ich sagen, war nicht ganz mit AIDA zu vergleichen. Es war eine abwechslungsreiche mediterrane Küche. Teilweise im Buffet-Bereich ein bisschen schwierig noch mit der Temperatur. Vielleicht muss man da den einen oder anderen Schalter noch finden, um diese Wärmebehälter noch einzuschalten, damit das Essen auch warm gehalten wird am Buffet. Aber auch das, vermute ich, liegt erst mal an Anfangs- und Startschwierigkeiten. Ich hoffe, dass sich das einspielt. Bin da aber eigentlich relativ zuversichtlich, denn es war eine Steigerung. Jeden Tag spürbar von der Qualität und auch von der Temperatur. Also alles hat sich eingespielt. Die Köche, das Servicepersonal. Und am Ende war es schon deutlich besser als am ersten Tag noch. Zum Preis, für vier Tage habe ich bezahlt 419 Euro pro Person in einer Außenkabine. Das wird zur Hauptsaison natürlich ein bisschen teurer. Es war jetzt eben noch die Vorsaison. Aber in den 419 Euro inklusive bereits 75 Euro Ausflugsguthaben, die man dann nutzen konnte. Ich habe dann einen Ausflug nach Oja gemacht auf Santorin. Oder Ija, wie die Griechen sagen, für 82 Euro pro Person. Ein Halbtagesausflug. Hab dann am Ende nur 7 Euro bezahlt, weil 75 Euro hatte ich ja schon Guthaben. Das muss man aber vorher im Online-Portal einlösen. Das ist ganz wichtig zu wissen für euch. Ja, das Schiff ist tatsächlich wiederzuerkennen. Das Konzept tatsächlich aber komplett verändert worden. Die meisten Gäste buchen wegen der Route, weniger des Schiffes wegen. Und das ist so das Fazit an der Stelle tatsächlich. Und womit ist es vergleichbar? Die Frage kam auch relativ häufig bei Instagram. Ich würde sagen, auf dem Markt so vom Ambiente, vom Flair und auch von der Internationalität am ehesten so mit MSC vergleichbar. Also ein internationales Flair an Bord und auch von der Qualität des Services, der Speisen und so. Eine kleine MSC könnte man so ein bisschen sagen. Aber trotzdem nochmal mit einem anderen Konzept, mit zwei Häfen und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ist es nun weiter empfehlenswert? Die Frage aller Fragen. Ja, wenn man, und das sind die zwei Einschränkungen, wenn man internationales Flair mag und wenn man viel sehen möchte und sich nicht daran stört, zwei Häfen pro Tag zu haben. Das Feedback darauf war bei Instagram sehr unterschiedlich. Viele haben mir geschrieben, wow, toll, man sieht zwei Häfen pro Tag. Das kriege ich woanders nicht. Und andere wiederum sagten, das ist mir viel zu stressig. Die Zeit an Land reicht mir dann nicht. Ich sehe zu wenig in der Zeit. Das ist am Ende Einschätzungssache und persönliches Empfinden. Ich bin jetzt aber gespannt auf eure Kommentare. Schreibt es doch mal gerne unter das Video. Wäre das was für euch? Oder sagt ihr auch, das ist mir dann doch zu international oder das ist mir doch ein bisschen zu trubelig und zu stressig mit den zwei Häfen pro Tag? Da bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr Interesse an einer Reise auf diesem oder auf einem der anderen Schiffe auf dieser Welt habt, dann schreibt mir gerne an info.kreuzworturlauber.de oder schaut mal unter dem Link in der Videobeschreibung, denn ihr könnt eure nächste Reise natürlich auch gerne bei mir buchen und die umfangreiche Berichterstattung damit unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Abo natürlich nicht vergessen und Daumen hoch für das Video. Bis bald, euer Kreuzworturlauber Fabian.